100 Abonnenten Ich wollte mich erstmal sehr herzlich bedanken Für alle die mich abonniert haben Die mich weiterempfohlen haben Und die mich immer noch unterstützen Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken Das ist jetzt halt mein Special Es gibt nichts zu verschenken Das kommt irgendwann mal Es ist erstmal ein Frage-Antwort-Video Nenne ich das jetzt mal Also ihr könnt mir eure Fragen in die Kommentare schreiben Doppelte werden natürlich Jetzt nicht doppelt beantwortet Ist ja klar Und ihr könnt mich alles fragen Wann ich mit dem Zocken angefangen habe Was meine Einstiegskonsole war Welche Games ich gerne spiele Welche ich noch spielen werde Blablabla etc Ist ja auch egal Das könnt ihr mich alles fragen Private Dinge beantworte ich nur zum Teil Also Das werdet ihr auch merken Wenn ich auf bestimmte Fragen nicht antworte Könnt ihr euch ja denken Okay das war jetzt du privat Ja aber sonst beantworte ich da auch einige Dinge Ja und das könnt ihr mir einfach stellen Über die Kommentare Beantworte ich dann auch in einem Antwort Video Wenn ich denke das sind jetzt genug Fragen Und ja Das war's eigentlich auch erstmal Empfiehlt mich einfach weiter Euren Freundesfreunden Freunde Familie Was weiß ich Und abonniert mich weiter Kommentiert Fände ich halt sehr cool Macht weiter so Dann werden auch bald die 200 Abonnenten da sein Hoffe ich Vielleicht geht es ja was schneller jetzt Und ich möchte mich halt erst nochmal Also jetzt zuletzt nochmal bedanken Und Ich warte auf eure Fragen Und das war's erstmal Bis in einem meiner nächsten Videos Oder meinem Antwort Video Tschüss